Hey ho, let's go! Meine lieben Zuschauer, wir spielen wieder Rocket League. Ah jo, ich bin auch wieder dabei! Alles klar! Nehmi! Jay Jax! J.J. Abraham! What? Ist das eine Bedeutung? Symbolik. Er heizt J.J. wenn du ihn abkürzt, unser teammate. Wir spielen mit J.J. Abraham, Leute! Er spielt auch Rocket League! Oh ja. Aber müsst ihr jetzt nicht die Premiere von Star Wars? Ne, müsst ihr nicht. Ah, was mache ich? Weiß ich nicht. NEIN! Los Jar Jar! Oder J.J. Nee, wie heißt du? Jar Jar Bings! Jay Jax! Jar Jar Bings! Die Fans haben ihn ja schon angedroht, wenn der Film schlecht... NEIN! That was bad! Ah, ass, ass, ass! Die Fans haben ihn schon angedroht, sie nennen ihn dann für immer Jar Jar Abrahams, wenn der Film suckt. Jar Jar Abrahams! Jar Jar Abrahams! Oh, sorry. Da ging was durch mich durch. Menschliches Bedürfnis! Ach, scheiße! Kann man nicht abstellen, Leute! Sollte man doch nicht abstellen! Ja! Denn alle Leute, die sagen... Oh, NEIN! NEIN! Ja! Jay Jax! Hat alles unter Kontrolle! Ja! Gott sei Dank! Oh nein! Er ist nicht im Tor! YES! Jawohl! Dieser Gott! Dieser ganz Parade! Dead Parade! Verdammt! Sind nicht scheiße! Ja! Ist doch alle Profis! Ja, aber alle drei! Aber hallo! Und der ist nur Semiprofi, wie wie... Ach, wir sind ein Team Semiprofis gegen ein Team Profis! Oh, sorry! Egal! Flank! Flank mir rüber! Für Sparte auf den Shoot! NEIN! Was? Ja! Was machst du denn da? Was kann ich denn dafür? Weiß ich nicht! Oh, Parade! Oh, ne! Ich weiß nicht, was du dafür kannst! Was kannst du dagegen? Ähm... Was kann ich? Womit? Was? Was? Was ist los, Dicker? Da, ich blockier den einen! Ganz Parade! Oh! Ja! Ich hab kein Hitro! Ich kann nichts machen! Ja, warum denn nicht? Ja, kein Hitro! Mit solchen Situationen spart man sich doch sowas auf! Aufsparen? Ich spare nie was! Ich bin wie so ne Crack-Nutte! Wenn ich was vor der Nase hab, dann nehm ich es auch ein! Ah, das ist doch nicht der Wahrheit! Oh! 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 Dieser Puck, ey! Der gibt mir Herz-Rasen! Oh! Da war er schon! Die Ballung schlag! Das ist doch nicht der Wahrheit! Und jetzt auch steht da niemand bereit. Ich weiß nicht. Ich wollte bereit sein. Ah, da schreibe ich einen langen Brief an den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann sagt immer, warum bist du so schlau, weißt du mal ganz genau. Ich wünsche mir Bereitschaft zu Weihnachten. Bereitschaft? Ja. Ich wünsche mir Kameradschaft. Und Frieden. Und vor allem ganz viel Geld für meine Tasche. Ja, was? What the fuck? Den töte ich. Da liege immer noch 1-0 hin. Nein! Warte, den kriege ich. Was? Da dann so. Ah, beschützt das Tor. Scheiße. Ah, Gott sei Dank. Ah, also bei diesem Druckspielen. Ah, und erscheint dieser. Oh, wie er balanciert. Ja! J-Jex! 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 Fingst! Really appreciate that! Fing! Ja Leute, es geht doch gar nicht in die Stimme, wenn man zu Billner spricht. Überhaupt nicht! Alter, der ist fast. Alter, Fast and the Furious wieder Lamy! J-Jex! 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 Ja! Oh oh. Der Puck auf einer Seite steht. J-Jex! Alter, ich habe mich gar nicht gebraut irgendwas zu machen! Oh, yes! Was? Vorna geh ich? Geil, warum? I did it! Just do it! Jetzt ein bisschen. Bisschen Kamera? Just do it! Nee, du solltest die erste... Wow! Ey, ich kann doch nicht alles mischen, oder? Oder geht das doch? Kannst alles? Scheider der Buff musst du mindestens einmal reinschmeißen. Just do it! Geh dick! Ja! Na gut, egal. Just do it! Ich mag den ja nur, weil er ne geile deutsche Synchronstimme hat. Scheider der Buff. Ja, genau. Ah ja, Transformers. Ja, genau. Die Stimmen von da meinte ich auch. Aber der macht jetzt auch nicht mehr so viel, oder? Seitdem die drei Filme da vorbei sind. Ja! Oh! Wer war das? Oh, Lemmy! Nein! Lemmy, du hättest ein Tor machen können! Das sind die Nerven durch mich durchgegangen. Durch dich durchgegangen? Ja, durch meinen ganzen Körper. Will ich mal zum Arzt gehen, oder? Verdammt! Digga! Oh Gott! Will ich mal zum Arzt gehen, hört sich nicht gesund an! Hab ich ein Eigentor gemacht? Ne. Nein. Aber fast! Ja, aber fast! Fast & Furious! Fast & Furious! Hab ich immer noch keinen Typhoon gesehen? Aber ich hab die Blu-Air-Box mit 1,7 Filmen gelegt. Da kommen wir noch mindestens 3! That's madness! Yes! Can I play with madness? Can I play with madness? Ach komm, das haben wir trockene Tüchern eingepackt. In tro- Oh nein! Oh nein! Das war close! Aber jetzt trockene Tüchern! We have friends! We have friends! We have friends! Oh, geh nach vorne! Oh, geh nach vorne! Ah, dann geht's auch direkt weiter, Leute! Gut, das möchtest sowieso nicht, ob's direkt weitergeht oder nicht. Da-be-di-da-du! Da-be-di, da-be-di, da-be-di! I'm blue, ab-di, 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 ab-di! Warum stürbt immer der Apfel? Ab-di, 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 ab-di! Arme Apfel! Ah, ich hab heute mal wieder eine ausgiebigrunde Xenoblade gezockt. Und wie war's? Es ist halt ein Singleplayer-Spiel, das eigentlich ein MMORPG ist. In seinem Wesen. Ah, wir spielen Team Rot! Nein! Das bringt Unglück. Wir sind wieder ein Team aus Semiprofis gegen ein Team aus Profis! Boah, wenn der reinflippt! Wer flippt rein? Alter Schwierig! Alter! Pfuh! So viel Pech kann man nur dann auch ruhig haben. Wenn der jetzt nicht reingeht! Yes! Ach, nur du hast das Pech! Nicht das ganze Team Rot! So siehst du das! Ja! Ich habe ja auch den Schuss geliefert! Oh, sexy! So, da steht 1 zu 0! Sag doch, kein Problem! Was? Ein Spieler von uns ist AFK? Nein! Na doch nicht! Ich nicht! Ja, der stand irgendwie... wie ein Stein gemeißelt! Wie ein Stein gemeißelt! Wie ein Stein... Oh! Da haut er die lyrischen... Und ich habe eine Parade bekommen! Da haut er die lyrischen Sprüche raus! Wie ein Stein gemeißelt! Vielleicht ist es... Alter! Wolli Treffer! Nice! Jetzt packe ich hier den Skill aus! Kann doch nicht wahr! Hast du den Skill gefunden?! Na jo! Na ii! Ich steckte ganz halt in meiner linken Hosen... Hosentasche! Haha! Ich habe jetzt etwas anderes erwartet, dass mit HO beginnt! Gott sei Dank war es Hosentasche! Haha! Und echt! Ähnlich dem Boden! Ne? Ja! Haha! Ich muss auch zugeben, ich habe keine... Ich habe keine Hose an! Was? Haha! Haha! You wear no plans?! Was up?! Was up?! Oh! Steht eins zu eins! Haha! Oh! Steht eins zu eins! Ja! Strom gesetzt und gefoltert oder was? Nein! Sprichst du aber manchmal so? Ja! Da geht da! Nein! Das ist doch nicht der Wahl! Zwei mal Pfosten! Hahaha! Egal! Nein! Was?! Hol ihn da raus! Ja! Das war gut! Was? Keine Parade! Fick dich Spiel! Kannst mich! So! Da hin! Ich habe keinen Nitro, ich kann gar nichts machen! Außer... Ich kann... Oh! Das würde ich gerade machen! Aber egal! Was?! Was?! Flip... Flip the coin! Butch! Wo denn? Zweidrückzieher! In die falsche Richtung! Nein! Aber die... Oh! Das ist doch nicht der Wahrheit! Oh! Kam die Macher auf diesen Puck? Ich meine... Ich meine... Okay... Eishockey ist jetzt nicht so weit weg, aber... Alter! Jaaa! Achso! Wir sind Team Rotstand! Ja! Ja, ob ich... Ja! Mein Versuch war jetzt auch nicht gut, aber... Irgendwie noch gedacht! Egal! Das Hohe hören wir auf! Maybe... Maybe not! Ach! Scheiss Kabel! Ähm! Abeldi! 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 Ey! Was?! Das wollte ich gar nicht! Da flieg ich durch die ganze Arena! Boah ey! Jetzt ne feuchte Arena! Nein! Nein! Ist das denn der Wahrheit? Oh ja! Auto! Dammit! Please stop to be this good! It paints! It paints in meinen Arnos! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich wünsche ich könnte Donut Duck nachmachen! Das würde ich viel lieber können! Das kann ich leider nicht! Ich auch nicht! Das kann ich leider nicht! Ich auch nicht! Das spricht ja leider gar nicht! Das ist mehr so Polly-mäßig! Oh sorry! Hauptsache weg! Hauptsache weg! Huck weg! Hau und hab mir ja dich wegge... Oh nein! Ja! Very nice! Ja! Vor's Tor! Kann nichts nutzen! Was?! Jetzt ne feuchte Arena! Das hab ich doch gerade gesagt! Ich weiß! Ach ja! Get out! So ein Glückstreffer! Boah! Jetzt feuchtes Glück ey! Leute! Wo ist der Skill? Ich finde ihn nicht! Zwei! Eins! Los! Drei Tore in anderthalb Minuten knapp! Alles klar! Der geht rein! Na ja! Klar geht der in! Bin einfach nur noch geradeaus gefahren! Da! Weg! 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 Wie so ne Ram... Wie so ne Ram... Wie so ne Walze... Wie ne Ramsau! Wie ne Ramsau! Bulldozer! Das wollte ich sagen! Wie so ne Bulldozer! Zeck! The Bulldozer! Oh yes! Aber wenn das Video nicht Zeck! Der Bulldozer heißt! Er mich aber enttäuscht! Sowohl menschlich als auch spielerisch! Was? Wo? What the fuck? Aber warum spring ich denn? Egal! Dat Befreiungsschlag! Dat Befreiungsschlag! Boah! Dat Blasen in meinem Gesicht! Boah! Wie der flippt! Boah! Flipped the coin! Wo ist denn der? Ups! Oh! Ich bin kaputt! Ja, ich krieg nix! Ich bin scheiße! Wenn ich den jetzt nicht reinleite! Ja! Oh! Sauber gemacht! It could be! So, noch ein Tor! Boah! Nochmal spannend! Spürt ihr das? Spürt ihr die Spannung? Oh! Die Spannung zerreißt mich! Ich heiz sie nicht aus! Ich muss den PC ausmachen! Los! Ich bin vorm Tor! Pass! Ja! Ich kann nur so! Ja! Hahaha! 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 That trick! Guck, da steh ich! Da warte ich! Mach ihn rein! Jetzt ist alles offen! Jetzt ist alles offen! Easy geht weg! Nur gegen Arschlöcher! Sche... Ich bin tot, Leute! Ich bin tot! Ihr habt nen Wert von Mann verloren! Nein! Nein! Oh, nee, 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 nein! Oh, das ist spannend, Leute! Ich mach mir das jetzt ins Hemd! Jetzt hat der Hemd! Nein! Ich hab noch nicht mein Hemd an! Du hast sehr wenig an, merke ich! Ja! Ja! Nein! Der wird doch reingegangen! Ja, aber das ist ja halt das Problem, wenn er den Boden nach der... Der bleibt ja einfach nur in der Luft... Nein! Ja! Nee, so nicht! Nee! So nicht! Ja! Wenn zweimal nein ist ja! Dreimal jaja ist auch nein! Was? Oh, nee, wa? Ja, gut gemacht! Anderer! Ja, ist der! Ist egal! Irgendwas mit lahmen! Kreuzlar! Oh ja! Ja, jetzt! Oh, das mal passt! Nee, doch nicht! Oh nein! Zurück, Leute! Zurück! Piss dich! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! So, vorerst Tor! Vorerst Tor! Ist nicht! Wo denn? Ach, da! Bin nicht da! Pass! Aber ich weiß nicht, ob es ein guter ist! Ja! Da haben wir gewonnen! Das Sieg! Sieg! Mann, war das schön! Das war Gawdress! Ja, das war... Delicious war das! Oh ja! Oh, da hab ich auch ne Zuckerstange freigeschaltet! Ach ja! So, liebe Leute! Das war's dann auch wieder für heute von Rocket League! Und FLB TV! Sayonara! Ciao!